ja der weiter geht heute mit berlin spiel in der liga das ist der letzte spieltag und dann haben wir noch zwei finalen die der dfb pokal gegen die mainzer und das schimpfte die ganze liverpool ich hoffe dass es nur das eine spiel ist da kann ich mit der vollen kapelle spielen ja gar nicht auf geht es was war das mit der letzte halb so auf geht es ja 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 so auf geht's heute zeigen wir ihnen ein echtes top spiel ich glaube eine interessantere begegnung hätten wir uns nicht aussuchen können in ein paar minuten geht's los mit schalke 04 gegen hertha bsc herz willkommen liebe zuschauer wir begrüßen sie zur heutigen partie natürlich auch heute wieder wolfs und der kollege in frank buschmann und wir sind zu gast bei einem spiel am letzten spieltag der bundesliga schalke 04 gegen hertha bsc das ist natürlich der zeitpunkt ich glaube wir haben wieder eine spektakuläre spielzeit hinter uns das war sehr unterhaltsam viele spielerisch eine der besten saison der letzten jahre und ich sag dir was heute mit vier stürmern sehr offensiv und so werden es die japaner heute angehen sie agieren heute ziemlich offensiv würde ich sagen auch wenn sie nominell nur eine spitze aufbieten da kommt einiges aus dem mittelfeld und dann auf geht es ins mittelste anspieler jetzt spiel der saison für die berliner wer hat sie sandro tonal weil er okay so langsam viele spiele bleiben nicht mehr das wird ganz ganz schwierig er verhindert die flanke es gibt ein tor auf einem anderen platz und dann kurz mal über ein studio ja wir haben hier das erste tor für dortmund neuer spiel sehr guter zwischengegangen jetzt die war richtig richtig gut sie geben wir ball ab teile adams auf ihn wird ankommen heute da bin ich sicher dieser tor instinkt ist einfach so 28 das dort wird das eine torschance gute möglichkeit mal eben schnell ins studio die heute die und hier sehen wir wie er die gesamte Abwehr einfach abhängt und Wolf am Ende hat er auch noch die Ruhe den Ball ganz cool im Tor unterzubringen nochmal der Treffer diesmal aus einer anderen Perspektive und die Führung für Schalke die Nummer 13 ich hoffe das ist ja nochmal Nelphredecker verlassbar weil die hat ja sein letztes Ligaspiel Ball ist wieder weg also seit letztem Spiel ist es nicht es gibt noch zwei aber kein Heimspiel mehr in der Arena das heißt er dachte ich würde sein Fenster heute noch und würde heute den Wachstieg bekamen Superpass Alario Yes Halt schon drüben 2-0 wir schauen uns nochmal die Entstehung des Tores an soo da ist ja noch nicht ja da hat er die Situation blitzschnell erkannt und gleich mal den ganzer Abwehr aus dem Doppelschlag 2-0 18 Valario das war gedankensschnell da konnten sie ihm nicht mehr folgen Brozovic Tyler Adams Klasse Einsatz aber kommt auch an den Ball Schalke hat deutlich weniger von diesem Spiel was den Ballbesitz angeht aber ich glaube das kann die die Chancen sind sehr sehr effektiv in ihrer Spielweise und das Ziel jetzt ist er auf und davon macht er das Tor und jetzt gibt's hier Eckball Heike Kommen Heike Kommen Heike Kommen Ja, Lario ist ein Zielspieler Schöner Einsatz Wichtig, dass sie da klären und das gibt erneut den Ball der Ball kommt rein und da war der Leiterpack ist der heute guter Lukas Ah, Lario Lukas er macht da vorne was er will auch das war wieder ein Supertop Der dritte Puste dann Der dritte Puste dann der dritte Puste dann ausgangspunkt ist der Eckball und das ist einfach nur da sieht er komplett alleine deshalb ist der da vorne dritte so wichtig Ja, er kann wirklich hoch zufrieden sein hat seine Mannschaft richtig gut eingestellt und damit sollte auch die Hautaufgabe erledigt sein und damit sollte auch die Hautaufgabe da geht er vorbei das war ein Backen vorbei haptisch Gutes Takelegen gute Zweigafführung die Gelegenheit Klaas Ecke Er hat da, du hast die erste kleine Lebenszeichen er verdient er nie, ne? und dann ist Pause und wenn sie nicht aufpassen dann wird das hier eine ganz bittere Nummer es steht schon 3 zu 0 wie sie sehen es hier der macht eine richtig gute Partie sie haben richtig Mühe mit ihm heute er kommt immer wieder zum Abschluss auf geht's auf geht's hat der Nummer 2 gleich jetzt geht's weiter mit der zweiten Hälfte er hat da mit dem Anstoß Angelino und dazwischen gegangen man bleibt auch weiter aggressiv dran es gibt ein Tor im Parallelspiel im Studio gibt's alle Infos jetzt wir haben hier den zweiten Treffer für Borussia Dortmund der neue Spielstand heißt nun 2 zu 0 gespielt sind hier 46 Minuten für das Update Luca Salario ja guter Pass hallo, hallo so nicht gut gearbeitet in der Abwehr mit seinem Einsatz verhindert er dass den Schuss aufs Tor geht mit mir Angelino Rosowitsch ja dabei ja eigentlich haben wir hier zwei in etwa gleich starke Mannschaften aber wie das so ist im Fußball der Akkordrichter hat die ganze Linie da ist es kein Problem gewesen der Tatwolf du musst deine Chancen eben nutzen ansonsten ganz schnell dem Ohio jajaja schau uns doch mal die entstehung des tores an und dann hat er wirklich nicht viel platz den wenigen nutzer macht das so würde ich halt wechsel ich glaube ich lehne mich nicht alle ist platz jetzt und dacu das finale im deutschen pokal für den fc schalke 04 dann geht es wir schauen noch mal kurz auf die wiederholung sie spielen den ball zurück und dann ist das gut gemacht super chancenverwertung aus der halbe distanz angeschnittener ball keine chance für die deutsche zeit für keeper ganz entspannte minen auch am spielfeldrand die deutliche so jetzt bringe ich nämlich ein runter jetzt muss ich den wechsel ziehen weil ich will ja gerne noch vor den fans noch mal ein treffer schenken weil das so wie möglich jetzt führung er weiß das müsste es in dieser partie eigentlich sein was auf dem flügel noch sind hier 20 minuten zu absolvieren ja setze ich schön durch ecke jetzt wird es gefährlich jetzt kommt die ecke das für eine chance schöner platzierter ball aber nicht platziert genug jetzt wird sie auswechslung geben dennis geiger paulinio die leichte stelle ja was macht er draus es tut sich was im berus ja packen nämlich ein tor wir geben kurz ab ins studio wir haben hier den dritten treffer für bayern münchen und das ist jetzt eine chance genau hinschauen jetzt das ist nicht nett da ist es aber paulinio da ist die fahne oben gut gesehen es ist paulinio aber das ist abseits 5 0 steht sie also kurz vor dem ende klare sache wir schauen mal mit wem sie ist dem nächsten zu tun der nächste gegner des fc schalke 04 heißt mainz und wenn sie da nochmals so eine leistung abrufen können dann kann das was wer da der platz jetzt die flanke schwierigkeit heute nicht treffen die nachspielzeit zwei minuten viel zeit ist das nicht mehr erneut so eine hervorragende pass dann war es doch hier ich bin mir gleich noch mal das war wirklich die klasse leistung heute sie sehen was sie drauf haben schlicht und ergreifend überzeugt aber wir sind fünf abklammern dass der mensch der letzte spiel also der mittel so auch überlegen jetzt gibt es noch zwei Spiele dann war das Champions League Finale noch also jetzt erstmal Defi-Pokal und dann Champions League so Turnierpreisgeld 105 Millionen haben wir gespielt gut, dann war es das wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann geht es weiter in der League Defi-Pokal mit dem großen Finale und dann heißt es hoffentlich Pokalsieg naja, willst du auch was dran schaffen? schauen wir uns an